Es kommt schon ein paar Minecraft, teile Sieben, mit dem lieben Paul und auch einem Antonia. Es regnet! Guck, das ist ein Fenster. Ja, ich habe Fenster eingebaut. Uh, unser Haus ist fertig. Das ist unser Haus. Und wir haben sogar ein Life-Screen, ein Armbaus, gemacht. Gemacht. Ja, gemacht. Und jetzt nehmen... Was ist das? Da ist das Buch. Und jetzt aber nehmen auch den Namentake mit für unser Pferd, weil wir haben ein Pferd eingefangen. Ja. Off-Screen. Ja, da ist es. Und nehmen auch gleich den Sattel mit. Ja, und... Ey, lass mal Chupa Chips nennen. So wie Roman. Okay, ja. Es heißt Chupa Chips. Ja, und und so weiter. Chupa Chips! Yes, Baby! Name-Tag. Hier oben musst du Namen eingeben. Guck mal, ja, kostet Namen. So. Stell dir mal vor, wir nehmen unser Schild ein Name-Schild. Oh, unser Pferd neun sich. Chupa. Warte. Chups. Chupa Chups! Und abholen, abholen. Yes, Chupa Chups. So, und hier ist der Gasbauer. Und jetzt geben wir mal schon lieben Chupa Chups. Da ist unser Chupa Chups. Gib ihm den Namen. Chupa Chup. Und ich hab ihn in Livestream auch gezähmt. Da Chupa Chups. Okay, dann sag ich immer. Und wir werden ihm natürlich noch ein besseres Zuhause bauen. Das war jetzt nur, weil wir ihn einfangen mussten. Und Chupa Chups! So, und heute, wie ich gesagt hab, machen wir den Brustkant vor. Aber es regnet. Deswegen ist es unnötig, unnötig, unnötig. Deswegen ist es unnötig, unnötig. Junge, es regnet immer noch. Ey, das kann ich dann den Creeper testen. Sollen wir den Gas gleich hier zu Hause sporen? Für die Blumen. Toni, mach mal Krat. Okay, wir müssen einen kurzen Tad machen. Man spielt das Leben mit dir, Gatz und Maus. Und da ist der Gast tot. Ja, da ist der Gast. Und er ist tot. Oh, Gaskräne. Oh, was haben wir bekommen? Was ist das? Was ist das? Das Kräne. Das Kräne. Was macht man damit? Das, damit kann man Tränke machen. Gut. Und wir haben... Kein Schimmer, wo unser Haus ist. Wir haben Gangpowder. Ja, dann pausier ich mal kurz. Ich weiß schon, wo unser Haus ist. So, we are in the home. Home, home, home. So, wir sind zu Hause. So, wir sind... Toni, dreht durch. Ihr kommt zurück zu Toni, dreht durch. Scherz an mir. Aber... Was wir heute machen werden noch, ist... Keine Ahnung. Ich will... Wir fahren... Wir machen heute auf jeden Fall... Äh, wann machen wir heute? Ja, wir machen heute richtig schnell. Und dann dazu mit mir kurz und dann schnell ich kurz trunke. Und gehen hier auf. Schuppertschirps. Schuppertschirps. Und übrigens, ja, die Leute, die es nicht bemerkt haben, hier ist eine Eisbahn. So, lieber Schuppertschirps. So, jetzt hast du Schnelligkeit. So, dann gucken wir mal, wie Schuppertschirps schnell rennt. Wuh! Er rennt schnell. Wuh! Wuh! Und das und seite es aus. Wuh! 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 So, Schuppertschirps. Geht bis jetzt wieder zurück. Dann gehen wir kurz und Schuppertschirps runter. Weil haben wir den Effekt auch? Ja, wir haben auch schnell. Wuh! Ich kalt und jetzt. Wuh! Wuh! Das müssen wir mal Toni zeigen, wenn sie da wäre. Wuh! 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 Zuhörersinizier, kurz. So, da sind wir auch schon wieder. Dann machen wir heute das Nennaportal vielleicht, was es geht. Ja, ich habe einen Eisweg dahin gebaut. Aber ich muss wieder gehen, Leute. Ähm, bye. Also das dauert schon mal lange, aber es ist ein Wunder, wir können obsidieren, abbauen. Und da war ein Block soviel. So, dann gehen wir kurz ein bisschen. Wir dürfen doch Toni nicht sagen, dass wir hier brennen. Ähm, ja, ihr habt gebrannt. Nicht schlimm. Passiert mal. Ähm, wie viel haben wir jetzt schon? Feuer, 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 Feuer. Oh nein, wir müssen schnell abbauen, abbauen. So, wir nehmen jetzt schon sieben Minuten auf. Ich nehme jetzt erstmal einfach nur acht mit. Und dann haben wir zu Hause unsere nette Partei. Wo stellen wir das dann hin? Ich stell's hier hin. Ähm, ich hab... Ich hab Bock... Ähm... Ne, ich hab Bock irgendwie... Äh... Wo kann ich das hin? Ich hab Bock es hier hinzustellen. Ich hab Bock es hier hinzustellen. Oder ich bin wieder mal der Dome, Paul. Und mache etwas falsch. Bin der Meinung, ja. Nehmlich... Bin der Meinung, ich muss das hier... Das wär jetzt Fail. Das müsste... Aber wir nehmen ja heute länger auf. Weil wir heute... Viel vor... So, dann hol ich's noch zwei Obsidian. Ja... Und dann... Sind... Bin ich... So, das dauert ein bisschen. Aber wir cutten da wegen extra nicht. Also, und dann machen wir jetzt das nette Partei zu Ende. Ach, und zählt ja genau noch einer. Und sorry, wegen dem redenden Hintergrund, das war er mein. Das war mein Eiter. Papa, war das? Und dann mache ich jetzt... Etwas mache ich nur falsch. Ist doch jetzt egal. Erstmal bauen wir das hier zu. Und dann liebt bei Chipit Jax. So, und da kommt die Toni... Wie lange solltet ihr schon auf? Ach, zehn Minuten Uhr. Ich dachte, ich war zu lange weg. Ich, ähm, ja. Ich musste kurz drin Bescheid zeigen, dass ich, ähm, hier esse. Und nein, die tapezieren mein Zimmer. Was hast du da rein gebaut? Ich wollte ne der Partei bauen, aber das funktioniert es nicht. Nächste. Das ist doch Chippe-Chips. Ey, schreibt mal unseren Chippe-Chips name. Chippe-Chips. Und übrigens, was auch? Ne, du schnippst noch einmal Chippe-Chips. Weil ich finde nicht, dass es schnippt und zwar den Namen Tag umsonst. Name Tag. So, Lois. Schreibt mal in die Kombis, ob wir mal irgendwie, ähm, noch mehr Mods runterladen sollen. Ja. Auf jeden Fall laden wir noch eine Mod runter, und zwar die Stadt-Mod. Also, dass da sowas wie Polizeirevier und so entsteht. Ja. Ja, ähm, ja. So, dann geh ich noch kurz ins Bett und penne, hm? Ja, du kannst auch... Warte, wir nehmen schon elf Minuten auf. Ist doch egal. Ja, wir überziehen ein bisschen. So, und jetzt... Wir nehmen gleich zwölf auf. Und jetzt... Jetzt mach mal kurz... Jetzt mach kurz kurz kurz. So, jetzt muss ich einen Cut machen. Gut. Jetzt hab schon vorher kurz... Oh, es, 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 es. Wir müssen leider beenden, ähm... Okay, gut. Der Schluss muss noch kommen. Goodbye, Leute. Tschüss! Tschüss!